Hallo, hallo ihr alle, kommt doch gerne mal in unser TV-Studio. Ich sage nur was vorweg, weil ich bin eigentlich gar nicht diejenige, die anfangen wollte oder sollte, aber da es heute eh alles etwas durcheinander ist, der Bahnstreik macht es möglich, dass viele Gäste heute nicht kommen können und die U-Bahn fährt jetzt auch irgendwie nicht immer noch, wie auch immer. Ihr seid alle da und das ist ganz toll und dafür danken wir. Wir wollten eigentlich um sieben anfangen, weil um halb acht pünktlich eröffnet an den Filminseln die Ausstellung. Es wird also um 19.29 Uhr an den sechs Filminseln hier unten in der Betonhalle einen 60-Sekunden-Countdown losgehen und dann starten die ersten Filme. Wenn ihr unbedingt einen Film sehen wollt, müsst ihr leider abhauen. Wenn euch das nicht so wichtig ist und ihr vielleicht erst den zweiten Film heute Abend sehen wolltet, habt ihr Zeit mit uns erstmal anzufangen zu feiern und dann später so gegen neun Uhr, je nachdem wie lang die ersten Filme sind, gehen die zweiten Filme los. Das wollte ich nur sagen, weil sonst ist es schade. Ursprünglich dachten wir, wir müssen ganz schnell reden, damit wir um halb acht soweit sind, dass wir alle in die ersten Filme stürmen können. Jetzt machen wir es so. Danke. So, jetzt von mir aber auch noch mal ein Hallo. Und Tina hat ja gerade schon alles erklärt, die mich nicht kennen. Ich bin Jörg Heitmann vom Silent Green und nochmal herzlich willkommen an alle. Und das sind Paar, der Bahnsteig übergelassen hat. Also wir sind wirklich froh, dass wir heute die Ausstellung, was anderes machen, The Home and the Movie eröffnen können und dürfen. Ein Festival zu 60 Jahren kleines Fernsehspiel. Und das Silent Green, was ja eigentlich bekannt ist, wir haben ja zwei Schwerpunkte. Das eine ist Musik und Bewegtbild. Und in den letzten beiden Jahren hatten wir ja auch eine Ausstellung zu Derek Jarman und Agnes Vardar, die beide wiederum auch kleine Fernsehspiele gemacht haben vor sehr langer Zeit. Also von daher passt das auch gut in eine Reihe und gehört auch zusammen. Und seit 1963 sind über 1500 Produktionen entstanden. Durch die vielen jungen Filmemacherinnen hat das kleine Fernsehspiel über Jahrzehnte eine enorme politische und künstlerische Kraft entwickelt, was glaube ich einzigartig ist in der internationalen Fernsehwelt auch. Und das ein ganz eigenes Zentrum gebildet hat. Und dieses Zentrum war auch nicht ganz alleine, sondern ging auch Hand in Hand mit Institutionen wie dem Arsenal. Und daraus natürlich auch das Festival, das internationale Forum des jungen Films, wo auch Filme, die kleine Fernsehspiele waren, dann auch auf der anderen Seite gezeigt werden. Und viele erinnern sich auch halt, dass wenn man im Delfi eine Premiere hatte, war der zweite wichtige Event immer drüben im Savoy Hotel, der Empfang des kleinen Fernsehspiels. Und es waren oft deckungsgleiche Personengruppen da. Aber inhaltlich möchte ich jetzt auch gar nichts weiter sagen, weil da kommen gleich noch Nachredner. Sondern nur eine kleine persönliche Anmerkung, weil ich bin irgendwann zwar schon seit 1985 in der Stadt und irgendwo im Moor groß geworden zwischen Bremen und Bielefeld. Und das war so eine Gegend aus Schützenfest, Jägermeister, Apfelkorn. Also ziemlich schrecklich. Und Ende der 70er habe ich dann als 13-, 14-Jähriger tatsächlich meine ersten kleinen Fernsehspiele gesehen. Und das war wie ein Fenster zur anderen Welt. Und das hat mir persönlich wirklich, seitdem habe ich eine Bindung dazu, weil das war was ganz Besonderes, weil ich gesehen habe, dass da draußen im All noch anderes Leben möglich ist. Und deshalb bin ich unheimlich dankbar dafür. Da hat das kleine Fernsehspiel mir mehr oder weniger das Leben gerettet. Und deshalb kommen jetzt auch, und das ist meine Funktion heute, eine ganze Menge Danksagungen, die jetzt keine Pflicht sind, sondern ich freue mich auch, den Leuten Danke zu sagen. Zunächst der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin und dem Hauptstadtkulturfonds. Ich weiß nicht, ob Leonie Baumann auch hier ist, die wollte kommen. Ich sehe jetzt aber eh nichts. Und weil wir haben zwar seit 2023 hat das Silent Green eine ganz kleine Sockelförderung von 7% des Gesamtetats, aber das verpufft für Infrastruktur und sonst was. Und ohne diese Drittmittelförderung könnten wir solche Ausstellungen gar nicht machen. Ja, also deshalb herzlichen Dank dafür. Dann natürlich allen Leuten, die hier jetzt gerade für dieses Projekt, was extrem viel Arbeit war, weil man sich durch diese ganzen Produktionen und man hätte auch natürlich 50 verschiedene Ausstellungen darüber machen können. Deshalb die künstlerische Leitung und die Gesamtkonstruktion hier, die Merle Kröger und Bettina Ellerkamp hier vorgenommen haben. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Aber wir hatten ja auch Unterstützung, unter anderem kuratorische Beratung, Katrin Brinkmann. Ja, auch dafür herzlichen Dank. Vom Silent Green, und jetzt gebe ich ein bisschen Gas, vom Silent Green Linda Winkler, die die Projektleitung gemacht hat und die Produktionsleitung Merlinter Wied. Beide auch ganz super Job gemacht. Danke. Und Ausstellungsbau, der muss gerade auf unseren Hund aufpassen und das tut er gerade, weil der hat hier alles gemacht. Wirklich, das ist schade, dass er nicht da ist. Unser Hund hat sich ein Bein gebrochen, wie sich das gehört in dieser Zeit. Simon Fierbohm. Also denen allen auch danke. Und erneut haben wir Grafik- und Ausstellungsdesign mit José Delano zusammen gemacht. Ja, danke. José war wie immer wunderbar mit seiner Assistenz hier. Grafikdesign Carlos Büsquets und das Filmprogramm Arsenal, Institut für Film- und Videokunst, Hans-Joachim Fetzer, Stefanie Schulte-Strathaus, Sie auch beide da sind. Danke. Unsere liebe alte Freundin ist eingesprungen, um die Übersetzung zu machen. Deshalb Rubaika Giannivala ist auch da. Danke. So, und dann natürlich für die Unterstützung bei der Gestaltung des Film- und Veranstaltungsprogramms danken wir Burkhard Althoff, Leiter vom kleinen Fernsehspiel. Der sagt gleich auch noch ein paar Worte. Danke, Burkhard. Und auch deinem ganzen Redaktionsteam komme ich gleich noch zu. Vivian Buschorn, Walli, Georgiewicz, Volker Pantenburg, Susanne Sachse, Philipp Schäffner, Alexandra Schneider, Stefanie Schulte-Strathaus, Marc Siegel, Annika Wagner, sowie allen Filmschaffenden, Lizenzgeberinnen, Performerinnen und Veranstaltungsgästen. Dann jetzt aber, nicht als letztes, aber trotzdem der ganzen Redaktion vom kleinen Fernsehspiel natürlich. Herzlichen Dank. Vielen Dank auch allen ehemaligen Redakteuren, die hier auch teilweise noch mit Tat und Rat zur Seite standen. Und den Studierenden in des Seminars Archivforschung und Praxis an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, den gesamten Team des Arsenal-Instituts für Film- und Videokunst, B-Books und Unshelf, Daniel Hendrickson, Patrick Schneider, dem Team von Waveline, der ist auch hier, sowie unserem Team von Mars. Und da passt immer, das war's. Also in dem Sinne, danke, dass trotzdem noch so viel gekommen sind. Und jetzt geht's weiter. Danke. Ja, wir dürfen das Projekt jetzt vorstellen. Wir beiden hatten die große Freude und Ehre, das kuratieren zu dürfen, in großer Kooperation mit Katrin Brinkmann. Und Bokat war sehr irgendwie rege im Austausch mit uns, aber auch die ehemaligen Redakteurinnen und Redakteure Jörg hat das gerade alles schon mal so gesagt. Und bevor Merle gleich noch mal sagt, was wir hier zusammengestellt haben und warum wir das so gemacht haben und nicht ganz anders, war es mir ein großes Bedürfnis oder uns war es ein Bedürfnis und ich darf es tun, noch mal auch Danke zu sagen. Wir wissen alle, wie verrückt die Welt da draußen gerade ist. Und dass man eigentlich, also mir geht's jedenfalls in letzter Zeit oft so, ich möchte am liebsten nur noch mir die Decke über den Kopf ziehen und weinen. Und ich denke, es geht vielen von uns so, dass wir, genau, muss ich gar nichts zu sagen. Aber umso wichtiger vielleicht, dass wir hier 60 Jahre kleines Fernsehspiel und 60 Jahre Arsenal und Forum heißt auch 60 Jahre Geschichte, die uns geprägt hat, die uns einen Blick in die Welt verschafft hat und uns auch viele Kontakte aus der Welt hierher gebracht hat. Sie hat wunderbare Kontakte und wunderbare Filme und Möglichkeiten miteinander in Gespräche zu kommen. Filme sind unsere Freunde, das sagt ja auch immer das Arsenal. Und hier hatte ich ganz besonders das Gefühl, als dann hier die Ausstellung so langsam aufgebaut war. Da vorne diese Medienwand, ja, also da sind 66 Filme von über 1500. Sie können nur exemplarisch sein. Und ganz viele, ganz tolle Filme konnten keinen Platz finden in den Möglichkeiten, die wir hier haben. Aber was wir uns wünschen, ist ein gleichberechtigtes, ein Archivraum, ein Möglichkeitsraum, in dem wir zusammenkommen können, auf Augenhöhe und miteinander vielleicht weinen, lachen, gemeinsam nachdenken sein können. Also ich glaube, so etwas wie ein Schutzraum und eine Insel, das versuchen wir als Silent Green sowieso zu sein. Und vielleicht wichtiger denn je ist es, dass wir das jetzt hier gemeinsam teilen können. Und deswegen nochmal ein ganz herzliches Danke an all euch, die ihr das Vertrauen in uns hattet, dass wir das hier schon richtig machen. All ihr Regisseure und Regisseurinnen, die Produzenten und Produzentinnen, alle Lizenzgeber und Lizenzgeberinnen, allen, die uns hier wohlgesonnen sind und gesagt haben, macht das mal, das hat irgendwie Relevanz. Ein ganz herzliches Dankeschön von Herzen. Und jetzt macht man alle weiter. Ja, ich habe jetzt einen kleinen Ritt vor, weil ich euch und Sie durch diese nächsten zehn Tage ein bisschen bringen möchte. Ich möchte aber auch mit einer persönlichen Anekdote anfangen. Und zwar in New York, kurz vor Weihnachten 1996, mit Tina und Jörg zusammen bei Dreharbeiten für einen Themenabend mit der Redaktion Das kleine Fernsehspiel. Ein Themenabend über Seifenopern. Bei Dogfilm, unsere Gruppe damals, wir haben nicht nur über das Medium Fernsehen, sondern auch im Medium Fernsehen versucht, filmkünstlerisch zu arbeiten. Und bei der Recherche sind wir irgendwann im Museum for Television and Radio in New York gelandet. Ich glaube, auf der Suche nach The Guiding Light, vermute ich mal. Und dann haben wir den ganzen Tag dort verbracht. Wir haben einfach da gesessen und uns Sachen angeguckt, Radiobeiträge. Und ich glaube, in meiner Erinnerung hatte ich das Gefühl, dass ich diesem US-amerikanischen Kulturerbe da total nahe gekommen bin. Vielleicht viel näher als im MoMA oder im Museum of National History. Und das hat uns wahnsinnig beeindruckt damals, weiß ich noch. Und jetzt, 30 Jahre später, schließt sich irgendwie dieser Kreis hier im Silent Green, dieser wunderbare Ort, den ihr hier geschaffen habt. Die Betonhalle, die schon so oft jetzt Ort für zeitgenössische Auseinandersetzung mit Bewegtbild war. Und deswegen haben wir uns entschieden, als wir sozusagen angefangen haben, über diese Veranstaltung nachzudenken, dass wir natürlich hier jetzt keine Festspiele machen wollen zum 60-jährigen Jubiläum vom kleinen Fernsehspiel oder auch vom Arsenal. Diese Festakte sind gewesen und die waren toll und die sind gefeiert worden schon dieses Jahr. Sondern was wir hier möchten, ist eine temporäre Grundsteinlegung machen. Und zwar eine Grundsteinlegung für eine, wie es Harun Farrocki gesagt hat, eine Bibliothek der Bilder. Sein und unser Motiv, glaube ich, bei diesem Begriff war immer, die Film- und das Fernsehkulturerbe zusammenzudenken. Und was bürte sich dafür besser an, als das Archiv des kleinen Fernsehspiels. Ich sage jetzt das, was ich immer sage zu dem Titel. Wir haben ja schon ein bisschen was hinter uns in dieser Veranstaltungsreihe. Was anderes machen. Was ich so toll finde an dem Titel, der stammt übrigens von Stefanie. Was ich so toll finde an dem Titel, ist, dass er einerseits die Möglichkeit beinhaltet, die spielerische Form, das Ausprobieren. Ich möchte mal was anderes machen. Und gleichzeitig aber auch die Dringlichkeit. Ich muss was anderes machen. Wir müssen was anderes machen. Und so denken wir uns, war vielleicht auch die Dringlichkeit 1963, den Verein Freunde der Deutschen Kinemathek zu gründen. Später dein eigenes Programmkino, das Arsenal, ein Verleih und eine unabhängige berlinale Sektion, das Forum. Und im selben Jahr, 1963, geht das zweite deutsche Fernsehen auf Sendung. Und als Teil des Programms eine Senderei für unabhängiges, visionäres, experimentelles Filmschaffen. Das kleine Fernsehspiel. Zunächst waren das vor allem kleine Studioproduktionen, Halbstünder, oft auf literarischen Vorlagen basierend, die im Vorabendprogramm liefen, immer eine halbe Stunde lang. Und dann später der Kamerafilm, heute würden wir wahrscheinlich sagen Autorinnenfilm, der im sogenannten Nachtstudio lief. Und ich glaube, dass die Dringlichkeit beider Gruppen, weil es waren beides Gruppen, es waren Kollektive, die miteinander gearbeitet und diskutiert haben, dass in beiden Gruppen der Anstoß für diese Dringlichkeit eine Erweiterung des als zu eng empfundenen Kanons im Film und auch im jungen Medienfernsehen waren um politisch und formal innovatives Filmschaffen, um Weltkino, insbesondere das Kino des Südens und des Ostens, denn es war kalter Krieg und man konnte aus Osteuropa und aus der Sowjetunion wenig sehen im regulären Fernsehen und Kino, um feministisches Filmschaffen, beziehungsweise Filme von Frauen, um queeres Filmschaffen, um Film als subjektives Ausdrucksmittel, Stichwort autobiografischer Film, und um experimentelle Filmformen. Und mit dem kleinen Fernsehspiel in Co-Produktion, also als Financier, als Co-, also als Anschub auch oft und den Distributionswegen Festival, Kino, Verleih und Fernsehausstrahlung entstand so für Filmschaffende aus aller Welt ein künstlerisches Biotop, das zumindest temporär Schutz vor kommerzieller Verwertungslogik gewährt. Und diesen Schutzraum hier, den haben wir jetzt versucht, in die Gegenwart zu übertragen. Und deswegen stelle ich jetzt mal vor, was hier eigentlich passiert wird in den nächsten zehn Tagen. Wir sind jetzt hier in der unteren Betonhalle und es wird hier 66 Werke des politischen, poetischen, innovativen Weltkinos in chronologisch angeordneten sechs Filminseln zu sehen sein. Das sind die Inseln hier und dort. Und immer an der Seite jeder Insel steht genau die Jahreszahl von wann bis wann die Filme dort gemacht wurden. Und natürlich gibt es überall auch Überblickprogramme. Und es gibt dieses wunderbare Programmheft, was gemacht wurde, wo man sich die Timetables angucken kann, wann genau welcher Film wo zu sehen ist. Jetzt springe ich mal nach oben. Da oben ist die sogenannte Recherche-Ebene, weil dieser Begriff des begehbaren Archivs, der ist uns wirklich wichtig. Also dieses, dass es auch ein Arbeitsort sein kann hier, ein Forschungsort auch. Zu jedem Film gibt es eine, wir nennen das immer Produktionsakte. Da sind ganz unterschiedliche Dinge, Forumsblätter, Presseartikel, Unterlagen aus dem ZDF-Archiv. Zum Teil haben uns Filmemacherinnen erlaubt, erste Entwürfe von Filmen da reinzutun, Standbilder, alles Mögliche. Da kann man also einfach mal forschen ein bisschen um die Filme herum. Dann gibt es dort Podcasts und zwar einmal von dem Seminar, was Jörg vorhin schon erwähnt hat, Archivforschung und Praxis an der Johannes Gutenberg-Universität, wo Katrin und ich mit Studierenden dieses Archiv erstmals ein bisschen erforschen durften und das auch so ein bisschen so eine Zelle war für diese Veranstaltung. Und genau, von da sind vier Podcasts entstanden, sowie drei Podcasts des Arsenals aus der Reihe Berlinale Forum, Publikumsgespräche aus fünf Jahrzehnten. Das ist auch noch eine ganz neue Reihe und wir sind sehr froh, dass wir drei von diesen Podcasts schon hier haben. Dann gibt es mit Killer Berlin Dog ein kleines Fernsehspiel, auch von Tina Ellerkamp und Jörg Heitmann gemacht. Und wir haben uns entschieden, das als Übergang zu den interaktiven Medien zu zeigen, weil es 2000 nach seiner Produktion und Kinopremiere im Forum als CD-ROM weiterentwickelt wurde, als eine interaktive CD-ROM und für uns ist das sozusagen unsere antike Playstation oben in der Recherche-Ebene. Und dann gibt es das Cinema on Demand. Das Cinema on Demand ist das Studiokino oben, wenn man jetzt hier rauskommt, rechts. Das hat 40 Plätze und dort ist es so, dass Gruppen ab fünf Personen sich für einen bestimmten Zeitslot, sagen wir Dienstag 17 Uhr, würden wir gerne zusammen diesen Film gucken, aus diesen 66 Filmen sich einen aussuchen können. Und dann können Sie noch entscheiden, ob Sie das offen tun wollen, also andere Menschen dazukommen dürfen oder ob Sie das im geschlossenen, geschützten Raum tun möchten. Also seid herzlich eingeladen, schreibt uns eine E-Mail auf der Website. Das sind die Anmelde-Links und tut das, nutzt das gerne. Genau. Und hier sind wir jetzt im TV-Studio oder im Forum, haben wir es oft genannt, also da, wo wir zusammenkommen werden in den nächsten Tagen für Veranstaltungen. Und jetzt mache ich wirklich einen Schnelldurchlauf. Morgen, am 17. am Freitag um 19 Uhr geht es hier um die Geschichte und das Selbstverständnis der Redaktion ein kleines Fernsehspiel mit einem Vortrag von Katrin Brinkmann und ein Gespräch mit ihr, mit Burkhard Althoff und Claudia Tronnier. Wenn ich hier Namen sage, ich kann Ihnen nicht alle erklären, aber guckt gerne ins Programm, gucken Sie gerne da rein, da sind alle Menschen mit CVs auch erklärt, kurz vorgestellt. Tagsüber, Samstag und Sonntag wird es das filmwissenschaftliche Symposium Situated Histories, situierte Geschichten geben, hier. Das beleuchtet die transnationale Filmproduktion aus vielen verschiedenen Perspektiven und wurde kuratiert von Alexandra Schneider und Max Siegel. Die sollten eigentlich heute hier sein, aber der Bahnstreik hat sie aufgehalten. Sie sind beide ProfessorInnen an der JGU in Mainz und sie haben viele internationale PanelistInnen eingeladen, die Sie auch bitte dem Programm entnehmen können. Am Samstagabend um 20 Uhr stellen wir das Film Essay to show or not to show zum Juweläum des kleinen Fernsehspiels von Jana Keuchel und Katharina Knus gemacht, hier vor in der Kinopremiere. Und als Gäste haben wir die ProtagonistInnen dieses Films, natürlich die beiden RegisseurInnen auch, und dann die ProtagonistInnen Sarah Blaskiewicz, Jutta Brückner, Mehmet Büch, Atalay, Maja Konstantin, Melvina Kurzius und Angelika Levy. Am Sonntag um 16 Uhr, also es ist der 19., zeigen wir den Film Systemsprenger, und zwar unter der Frage, wie geht eigentlich unsere Gesellschaft mit Kindern und Jugendlichen um, die sich nicht kontrollieren lassen. Das ist eine bewusst transdisziplinär angesetzte Veranstaltung mit der Regisseurin Nora Fingscheid, dann Timo Krampes und David Zimmermann. Auch hier gerne mal ins Programm schauen. Am Montag, den 20., kommt zu uns der Filmemacher Jorge Bodansky aus Brasilien mit seinem Film Irassema von 1974 zum Thema Zerstörung des Regenwaldes, Entrechtung indigener Gemeinschaften und Ausbeutung des Südens. Ein ganz toller Film, der lange nicht mehr gezeigt wurde. Dann haben wir zwei traurige Nachrichten. Am Dienstag, den 21., sollte hier Edna Politik kommen mit ihrem Film Anu Banu, Töchter der Utopie. Sie hat gestern einen Herzinfarkt erlitten. Das hat uns ziemlich getroffen. Sie ist sehr traurig, dass sie nicht kommen kann. Wir hoffen, dass wir diese Veranstaltung nachholen können. Ihr Film ist trotzdem da, und er ist wahnsinnig toll, 1983. Vielleicht darf ich dazu noch ergänzen. Sie hat uns selbst aus dem Krankenhaus heute noch mal geschrieben, irgendwie, ich will kommen, ich muss mal gucken, mein Arzt will aber nicht. Aber wir holen das nach. Wir machen irgendwie Filmabende nach dieser Ausstellung. Es gibt ja auch noch im Arsenal zwei Filmabende, die schon das ganze Jahr laufen zu der Reihe. Das ist nur aufgeschoben. Genau. Und genauso traurig erreichte uns vor zwei Tagen die Nachricht, dass der algerische Regisseur Emersak Al-Wash, der am Mittwoch hier mit seinem Film Bab el-Luet City sein sollte, nicht kommen kann, weil sehr unvorgesehene, vorhersehbare Witterungsverhältnisse in Algerien seine Dreharbeiten verschieben lassen mussten und er deswegen nicht kommen kann. Aber auch eine Empfehlung unbedingt anschauen. Ein toller Film. Am Donnerstag, den 23. wird um 7 Uhr hier Masoud Bakshi aus dem Iran zu Gast sein mit seinem Film Yalda, Nacht der Vergebung. Ein hochdramatisches Kammerspiel aus dem Iran von 2019, glaube ich, fertiggestellt, 2022 im kleinen Fernsehspiel gelaufen. Ein ganz, ganz toller Film. Und am Freitag, den 24. um 19 Uhr, Die Schlange in meinem Bett. Und da kommt aus L.A. die nigerianische Filmemacherin Oma Diego, bekannt geworden im Kontext der sogenannten L.A. Rebellion. Und sie erzählt aber in diesem Film, der vielleicht noch und hoffentlich nicht mehr lange sehr unbekannt ist in Deutschland, weil er, glaube ich, nur einmal im Fernsehen lief oder zweimal und kaum im Kino, von dem Kampf um Anerkennung ihres Kindes in Deutschland. Ein sehr persönlicher autobiografischer Essay. Am Samstag, den 25. findet um 19 Uhr hier eine Performance Homo is where the heart is von dem Cheap Kollektiv. Marc Siegel sollte eigentlich auch heute hier sein und ist im Zug oder beziehungsweise in Mainz geblieben. Er wird dabei sein, Susi Sachse, Vaginal Davis und Chiu Chiu. Und am Sonntag schließen wir mit dem Abschlusspaneltag von 11 bis 16 Uhr zum zukünftigen Umgang mit den öffentlich-rechtlichen Archiven im Allgemeinen und dem Archiv des kleinen Fernsehspiels im Besonderen. Mit sehr tollen Gästen aus den Niederlanden und Ostdeutschland. Ja, wir kommen jetzt zu den Danksagungen und da reinflächtig noch ein paar weitere Programmhinweise. Wir danken natürlich ganz besonders der ZDF-Redaktion. Die kommt nämlich hierher und zwar mit einem Pop-Up-Office im Silent Green. Pop-Up-Office heißt, die werden hier arbeiten und sie sind auch adressierbar. Sie sind sozusagen, sie treten aus Mainz heraus und kommen mal hier nach Berlin für eine Woche. Und sie machen Open Door jeden Tag, ich glaube von Montag bis Freitag, 10 bis 12. Und sie werden hier eine Reihe von Werkstattgesprächen an allen Wochentagen um 16 Uhr durchführen zur Arbeit an dokumentarisch-experimentellen, an transnationalem, an seriellem und zukünftigem Filmstab. Schaffen mit Gästen. Also herzliche Einladung dazu. Und großen Dank natürlich an unsere andere Partnerorganisation, das Arsenal, wo wir schon seit Mai und noch bis Dezember eine wunderschöne Filmreihe mit Filmen aus diesen 66 machen. Das sind sehr konzentrierte Filmabende, gemeinsames Schauen auf Zelluloid, was auch, finde ich, nochmal eine ganz tolle Erfahrung war. Intensive Gespräche oder Einführungen. Und für mich Kino, wie es sein sollte. Vielen Dank. Und jetzt bitten wir Burkhardt und Stefanie. Ja, also als Katrin, du, Merle, Tina und Jörg auf uns zukamen und gesagt haben, wir planen hier eine Ausstellung zum kleinen Fernsehspiel, 60 Jahre, war das natürlich erstmal, habe ich schon gedacht, was für ein wahnsinniges Geschenk. Weil die Arbeit, die wir machen im kleinen Fernsehspiel, die Arbeit, die wir machen im kleinen Fernsehspiel, ist eine, die, du hast vorhin das Wort gesagt, Dringlichkeit. Also wir arbeiten ja vor allem mit FilmemacherInnen, die ihre ersten bis dritten Filme machen. Und das hat ohnehin schon immer eine große Dringlichkeit. Also es ist davon geprägt und gleichzeitig auch von so einer spielerischen Komponente, die du genannt hast. Aber es drängt wahnsinnig nach vorne immer. Und wir haben ganz selten die Zeit und Muße, auch mal unsere Arbeit zu betrachten. Das ist schon im laufenden Geschäft sehr schwer. Also wir ringen immer um die Zeit, um unsere eigene Programmkritik zu machen in dieser ganzen Arbeit. Und insofern ist das die Möglichkeit, hier aus 60 Jahren FilmemacherInnen, ProduzentInnen, aber auch all die Kolleginnen im kleinen Fernsehspiel, die als DramaturInnen mit diese Arbeiten ermöglicht haben, auf so eine Weise noch mal kennenzulernen und auch zu würdigen, ist wirklich großartig. Der ehemalige Leiter des kleinen Fernsehspiels, den ich ja noch, ich habe noch fünf Jahre mit ihm gearbeiten dürfen, für den war der Begriff Memoarkollektiv immer ein ganz großer. Und ich glaube, dass die Möglichkeit, diese Schätze, die auch in den Archiven des kleinen Fernsehspiels, aber auch der öffentlich-rechtlichen Institutionen überhaupt, also der Senderliegen, einer Öffentlichkeit auch zugänglich zu machen, ist ein Projekt, was schwierig ist, aber was, glaube ich, angegangen werden muss und soll, weil das gehört ja uns allen im Grunde genommen. Und da ist das, glaube ich, ein erster Schritt dazu. Und in dieser Arbeit an dieser Ausstellung bin ich auch immer wieder in diese Akten reingestiegen, habe da Briefe, Leserbriefe gelesen, wo ich gedacht habe, das gibt es doch gar nicht. Also die sind so heutig, auch im schrecklichen Sinne heutig, auch im guten Sinne heutig und auch in der Revision dieser Filme, wo wir heutzutage immer denken, ja, wir wollen ja das Neue, das Innovative. Und dann schaut man sich Filme an von vor 40 Jahren und denkt, die waren ja schon da. Also das ist wirklich auch unheimlich bildend für uns jetzt gewesen in der Arbeit und für meine Kolleginnen. Und ich werde die Woche hier auch ganz viel noch schauen, werde noch weiter reinsteigen. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass wir hier im Arsenal, im Arsenal sage ich schon, aber ein bisschen stimmt es ja auch, hier sein dürfen, die Woche über und unsere Arbeit auch, unsere aktuelle Arbeit vorstellen. Das ist ganz großartig. Und Stefanie, ich habe das Arsenal schon genannt, und wir sind ja auch dabei zu überlegen, wie können wir es vielleicht schaffen, dass das ZDF Kopien, die im ZDF von Filmen vorhanden sind, vielleicht auch überführen in den Besitz des Arsenals. Da wollen wir eine Initiative starten. Also vielen, vielen Dank im Namen des ZDFs und des kleinen Fernsehspiels. Und jetzt gehe ich gleich wahrscheinlich in irgendeinen dieser Räume. Vielen Dank. Ich hatte jetzt ungefähr, weiß nicht wie viele Anknüpfungspunkte, bei denen ich gedacht habe, ich sage was ganz anderes, weil das viel mehr passt. Und was du aber gerade beschrieben hast, jetzt weiß ich nicht, wo Burkhardt, jetzt sehe ich nichts mehr. Wie du das Archiv siehst, und dass das Archiv, also in deinem Fall das ZDF-Archiv, ja uns allen gehört, das spricht mir aus dem Herzen, denn das sehen wir genauso bezogen auf das Arsenal-Archiv. Und deswegen müssen wir auch alle zusammenarbeiten an diesen Archiven, die unser aller Weltkulturerbe, Filmkulturerbe, Weltfilmerbe, ihr wisst schon, Filme aus der Welt gehören uns alle. Also 1963 war offensichtlich ein Jahr, in dem sehr, sehr viele was anderes machen wollten. Das ZDF, das kleine Fernsehspiel und die damals sogenannten Freunde der deutschen Kinematik, haben sich gegründet. Und das wurde ja auch schon erwähnt, ich will mich jetzt auch nicht wiederholen, 1971 kam dann als Initiative des Arsenals, also heute heißen wir Arsenal, das Forum dazu, der Berlinale. Und da gab es tatsächlich von Anfang an auch ziemliche Verschränkungen. Es wurde schon gesagt, Filme aus dem kleinen Fernsehspiel liefen, im Forum hatten dort ihre Premiere, aber auch andersherum war es, glaube ich, so, Katrin, dass Filme entdeckt wurden im Forum oder FilmemacherInnen, die dann später mit dem kleinen Fernsehspiel zusammengearbeitet haben. Wer da übrigens auch eine Rolle gespielt hat und auch 1963 gegründet wurde, ist das Künstlerprogramm, das Künstlerprogramm des DRD. Darüber kamen dann auch viele internationale Gäste und Kooperationen zwischen diesen drei PartnerInnen zustande. und kurz nach der Gründung des Forums entstand dann auch die Bewegung der kommunalen Kinos, immer mehr kommunale Kinos in Westdeutschland wurden eröffnet. Es ist auch der Verband der kommunalen Kinos entstanden und dieser Verband hat es sich ja immer, sozusagen auf die Fahne geschrieben, bis heute auch andere Filme anders zeigen. Das heißt, es geht um das Was, aber auch um das Wie. Und das ist ein Satz, der mich immer sehr begleitet hat, in verschiedenen Texten wahrscheinlich auch inspiriert hat, hier zu diesen Texten. Und das ist tatsächlich das, was uns, glaube ich, alle immer angetrieben hat, was anderes zu machen. Aber irgendwann mussten wir dann, glaube ich, oder viele von uns feststellen, dass wir, indem wir immer noch von dem starken Wunsch getrieben waren, was anderes zu machen oder etwas anders zu machen, in gewisser Weise dann doch über Jahrzehnte hinweg, jetzt 60 Jahre eben in vielen Fällen immer das Gleiche gemacht haben, nämlich diesem Wunsch zu folgen. Und trotzdem ist heute tatsächlich alles anders. Und zusammengefasst vielleicht The Home and the Movie oder The Home and the Move. Die Archive, die wir jetzt schon häufig erwähnt haben, vom kleinen Fernsehspiel und vom Arsenal. Das Arsenalarchiv liegt übrigens hier auch im Silent Green bereits seit 2015, die sich teilweise auch jetzt schon stark überschneiden. Ich freue mich aber auch sehr über Zuwachs. Gerade durch diese Wahlverwandtschaft, die ja besteht, wurden über Jahrzehnte hinweg ein Zuhause für die anderen Filme. Und zum Beispiel wie die auch von Doc-Filmen, die ich ja auch mal erwähnen möchte. Also Merle Kröger, Tina Ellerkamp, haben gebildet mit Philipp Schäffner und Jörg Haltmann und auch Ed, wenn er hier ist, ist, glaube ich, auch hier genau. Doc-Filmen und natürlich weiteren FilmemacherInnen in Deutschland und in vielen Ländern der Welt, wobei dann jeder einzelne Film, das jeweils andere, das er hervorbrachte oder zu dem er sich verhalten hat, neu erfunden hat. Und die Archive sind Ausdruck einer nationalen und gleichzeitig transnationalen Filmgeschichte, die noch geschrieben werden will, die vor allem durch eins geprägt ist, durch Perspektivenvielfalt, entstanden aus hunderten oder noch mehr Erfahrungswelten. Und das ist es sicherlich, was uns auch in Bewegung gehalten hat, woraus wir unsere Kraft gezogen haben und warum wir nach 60 Jahren immer noch alle hier sind. Also ich jetzt noch nicht ganz, aber die Häuser. Deshalb möchte ich den Kuratorinnen Tina und Merle wirklich ganz besonders dafür danken, dass sie die Geschichte des Fernsehens und des Kinos, die sie beide mitgeprägt haben, in einen dritten Raum, nämlich in den Ausstellungsraum, überführt haben. Denn hier wird genau das physisch erfahrbar, wenn alle, also alle FilmemacherInnen, die hier vertreten sind und auch die, die nicht vertreten sind, wenn alle etwas anderes machen wollen, dann gibt es natürlich viele Widersprüche, aber eben auch Solidargemeinschaften. Und beides kann sich immer wieder auflösen und neu bilden. Und Merle, du hast vorhin gesagt, im Arsenal, das war dann richtig Kino. Ich würde sagen, was wir hier heute erleben, ist auch richtig Kino. Kino ist eine Praxis. Kino ist ein bestimmter Zugang zur Welt und zu Filmen oder zur Welt über Filme. Und dazu gehört natürlich auch das Gespräch, was hier der Raum, der hier sich für das Gespräch öffnet. Die Gespräche, die dann in den Podcasts zu hören sind, aus der Geschichte des Forums, empfehle ich jetzt gar nicht mal nur wegen der Inhalte, über die Filme, die gesprochen wird. Das ist natürlich interessant, sondern wirklich auch aufgrund, ich empfehle sie auch wegen der Gesprächskultur, wegen der Geschichte der Gesprächskultur, die in den 70er Jahren wirklich eine andere war, als heute. und ins Gespräch zu kommen in einem Raum über Bilder, Vorbildern, Mitbildern und natürlich Tönen, ist glaube ich jetzt vor dem Hintergrund dessen, was gerade in den sozialen Medien abgeht, wichtiger denn je. Und jetzt nur noch zum Abschluss, weil ich muss es an dieser Stelle immer sagen, das Arsenal wird ja auch was anderes machen bald, nämlich we are moving to a new home und einen besseren Ort als das Silent Green kann es natürlich für uns nicht geben und das ist dann natürlich auch weiterhin ein Zuhause für mögliche weitere Filme des ZDFs, kleinen Fernsehspiels. Vielen, vielen Dank Jörg und Tina, dass wir hier zu euch kommen dürfen. Wir sind ja schon da mit den Filmen, aber jetzt kommt noch der ganze Rest, die Leinwand und die Sitze und alles, was zum Kino dazu gehört. Vielen Dank und ich wünsche jetzt tolle zehn Tage und jetzt geht es auch wirklich los. Applaus